willkommen zu einem neuen teil let's play hide and seek heute zusammen mit freddy so warte mal ist schon wieder ein bisschen leise ich muss noch mal kurz raus das geht mir auf den strich so sag jetzt noch aus so jetzt muss hoffentlich besser sein was auch nicht ich kann halt nichts machen gerade also ich kann mich verstecken gibt mir einfach noch ein bisschen mehr oder wie ist denn das eigentlich naja man hat hier noch recht wenig zeit ist ja nur eine minute um mich zu suchen ist ja mega wenig ist mich ja niemals so ich gehe jetzt einfach mal raus sein aber meine ich arbeite mich chronologisch von außen nach innen vor wie immer wobei ich glaube dass er irgendwo innen drin ist weil irgendwie dämlich wäre sich hier außen zu verstehen hier vielleicht im kräutergarten hier ist ja schon mal wenig auf dem spielplatz auch nicht da im schwimmenwald vielleicht ne also ich glaube er ist irgendwo innen drin würde ich jetzt mal so spontan behaupten naja das reicht von der zeit halt hinten meine freunde nicht also ich glaube du warst irgendwo im haus irgendwo wo du da alle zimmer einzeln absoffest du kannst du vergessen ja das kannst du das geht doch gar nicht was sind das macht vielleicht dann einfach mal irgendwie die zeit auf zehn minuten hoch oder auf fünf wenigstens fünf ist eine angemessene zeit finde ich also ich glaube du warst irgendwo im haus irgendwo wo kommt falsch wahrscheinlich warst du außen irgendwo im kräutergarten ich war halt im kräutergarten du hast mich einfach nicht gesehen ok warte mal dann mache ich jetzt noch mal mp und ich warte mal was ist das round time oder round time defuse musst du glaube ich eingehen mach round time er ist so lange jetzt ja egal das passt ja ja egal dann müssen wir mal restarten ja ja dann hatte ich ja den freddy fast ja aber du bist so übel schnell vor mir vorbei gehofft ja weil ich mich bei ihm musste na das müssen wir jetzt haben ja jetzt find jetzt find ihr jetzt find ich ihn definitiv da kann jetzt auch keinen bock mit 200 eh na wahrscheinlich mit 200 600 minuten folge hochzuladen doch ja vor allem wieso 600 minuten ja 60 aber das laber ich Hehehe Eine Stunde hat 600 Meter Das ist ja fast so wichtig, wie viele Haars hat er da Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal in der Beschreibung Ja Hab ich das bestes Video Wie viele Haars hat Habicht Hab ich da zwei Haar Hehehe Boah ich hab ein richtig freudiges Versteck übrigens Boah das ist so freudig Hey die Türen schließen sich ja auch, das ist ja behindert, das weiß ich gar nicht, wenn ich schon so Ja da muss ich ja nicht mehr schließen, das ist ja auch gut War ist das freudig? Hey das ist so scheiße, da war ich grad schon drin Lauf die ganze Zeit glaube ich ins gleiche Versteck wieder Ne Ne also ich, da kannst du mich echt nicht verfehlen Können irgendwie machen, dass du bis Naja irgendwie bis 54 oder sowas Zeit hast Mann, du dreckst, hier bleibt doch offen Jetzt wo du wirst die Folge eh noch ein bisschen zusammenschneiden Mal schauen Oder? Ich glaube nicht, heil in sich lasse ich glaube ich sein Ok Dann können wir jetzt zwei Runden, dann ist es circa zwölf Minuten Ja, zwölf Minuten ist doch ein angemessenes Video finde ich Wenn er innen drin ist, dann müsste er eigentlich irgendwo oben sein Also nicht der Meinung Bin ich der Meinung Da war ich halt auch schon drin Da war ich halt auch schon drin Ah, da ist er ja Hehehehe So dann würde ich mal sagen, wechseln wir mal kurz die Seite Ahhhh Das lustige ist, ich hab als ich hoch gegangen bin ne Wechsel mal die Seite noch schon Prozent als ich hochgegangen bin war es so übeldunkel bei mir weil ich die Helligkeit bis zumal gestellt haben oder im Dachmann so dann gehen wir jetzt mal hier andersrum ist versteck ich mich mal jetzt verstecke ich mich so richtig reudig hoffentlich nur Richtigste und gar nicht aber ich habe es ja hier auf dem Markt noch kein Bildschirmes und ich kann nicht beschließen die Tür bei mir nicht und 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 ich finde es nicht so instant was hast du beim rumlaufen so ne verschließt ähm secret gesehen ne ne hab ich nicht ok keine Ahnung ob man mich jetzt hier findet aber ja halt mal hier we go die 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 ja schon mal kurz rein wie G2 steht ok das hat sich jetzt geschlossen ich nehme das hier gerade am Sonntag auf da ist hier gerade das Finale der äh ich denke ich werde es mal rausgetippt auf dem Spiel wunderbar na das ist nicht so genial weil deckt es bei mir auf jeden Fall G2 spielt gegen North gerade hier das Grand Final in Dallas das heißt das Spiel haben sie gewonnen ich glaube das zweite müssten sie auch gewonnen haben aber da geht es ja auch nochmal im Untergrund rein ey naja das Ding ist ich kann das ja alles leider nicht kommentieren weil wenn ich jetzt das sag dann weiß der für sich ja sofort wo ich stehe ne zum Beispiel sagen würde ich stehen da bei Tourneur oder so mhm mhm also G2 hat gewonnen das zweite Spiel auf dem IG auf Kabelsohn und Gegnern das freut mich ja äh äh was ist das denn hier alter gibt es so ne Treppe die nach oben führt oh oben ist aber keine Tür wo man irgendwie durchgehen kann das ist ja auch kein haha hä was soll denn das ja genauso wie wenn ich ne Tür hinbaue und hinter der Tür ist einfach nix ja naja oder die Rolltreppe und oben bei der Rollstab ist einfach ne Wand mhm mhm also ja wir haben jetzt hier einen Spielplatz aber beides das sag ich lieber nicht weil das ist ein bisschen zu hart glaube ich ich habe jetzt mal ein Graffiti herangespricht ich weiß nicht ob du es gehört hast ja ich glaube ich hab ich bin auf der komplett falschen Fährte weil ich jetzt die ganze Zeit in diesem Untergrund abgesucht habe hm hm vielleicht vielleicht aber auch nicht boah boah diese Büsche äh ja Büsche diese Büsche hier sind mega dicht deswegen wenn du dich da wenn du dich da drin versteckt hättest ne boah das hätte ich fast nicht gesehen vielleicht bin ich oder äh alter hier hier ist ja noch hier ist ja noch dunkler alter boah ich hab mal ich hab was wo ich mich das nächste mal verstecke eigentlich äh ey wenn du auch in diesem Gewächshaus stehst dann nennst du halt übel dümpelig ich weiß nicht bis wie lange wollen wir machen wollen wir bis 54 machen naja hab ich mir vorher schon gesagt boah ey Himmel das ist viel zu also empfinden war ich auf jeden Fall schneller von der Zeit her ja boah ich hab mich auch nicht so gut versteckt naja ey wieso geht nicht äh ich bin jetzt auch nicht so gut versteckt muss ich sagen ja so ach du heiliger es sind hier viele Türen ey ja ja oh Himmel nein nein da dachte ich mir grad so da dachte ich mir grad so wenn du dann jetzt nicht drin bist dann nehm ich das als mein Versteck und dann saßt du da so drin ey ja dann würd ich sagen das war's jetzt hier von der ersten Folge und jetzt haben wir direkt die zweite Folge auf da machen wir das gleiche dann nochmal und ich hoffe euch hat die Folge gefallen smash die Daumen nach oben ich verlinke euch dann das Video mit dem Habecht nochmal und dann sehen wir uns beim zweiten Teil dann wieder bis dahin reingehauen